Was ist ein Coworking Space? Ein Coworking Space ist ein großes Büro, das von mehreren Personen geteilt wird. Was bringt mir das? Du bekommst einen fertigen Arbeitsplatz, ohne zeitaufwendig ein Büro einzurichten und die Möbel zu kaufen. Durch das Teilen von zum Beispiel der Büromitte, des Druckers, des Stroms und so weiter, hast du geringere Fixkosten. Du sparst jedes Monat bares Geld. Ab dem ersten Tag hast du eine starke Gemeinschaft, die dir jederzeit helfen kann. Du bekommst eine professionelle Infrastruktur wie sicheres Wi-Fi mit Firewall, Besprechungsraum, Projektor, Whiteboard, Schauraum und vieles mehr. Du bist ungebunden und kannst deinen Arbeitsplatz jederzeit flexibel anpassen. Du kannst gemeinsam mit anderen zusammenarbeiten und Projekte verwirklichen. Du bekommst laufend neue Ideen von anderen Coworkern. Und weltweit erzielen Unternehmen etwa ein 40% höheres Einkommen, seit sie in einem Coworking Space arbeiten. Was unterscheidet uns von anderen Coworking Spaces? Wir bewerben deine Produkte und Dienstleistungen kostenlos im Space und online. Du bekommst Beratung und Coaching. Hast du eine geniale Idee oder sitzt du bereits am Businessplan? Ganz gleich wie weit dein Projekt vorangeschritten ist, unser Team greift dir unter die Arme. Wir sind repräsentativ zentral in St. Johann, nicht abgelegen im Industriegebiet. Das ist wichtig für den ersten Kundenkontakt. Wir haben einen Schauraum, in dem du deine Produkte oder Dienstleistungen besser präsentieren kannst. Durch Kulteck haben wir einen verlässlichen und kompetenten IT-Ansprechpartner direkt im Haus. Zudem wirtschaften wir ökosozial, wollen den Pongau beleben, bieten für regionale Produkte und Dienstleistungen ein Schaufach an und regen durch Foodsharing und Booksharing zum Umdenken an für eine enkeltaugliche Zukunft. Noch Fragen? Dann schau auf unsere Webseite www.coworkingpongau.at Wir freuen uns von dir zu hören. You don't rant, you join!